Die 41 Abiturienten des Wirtschaftsgymnasiums Fahre haben am Freitag ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Schulleiter Peter Marx und Gymnasialkoordinator Dr. Michael Barre beglückwünschten die Schüler zu ihrem Abitur. Sie betonten, dass der Abschluss am Wirtschaftsgymnasium die allgemeine Hochschulreife darstellt, der zum Studium an jeder Universität berechtigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017